Was geht ab, meine liebe Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal mit den schönsten Menschen vom Planeten Erde, ja. Ich bin super, super, super gespannt auf Heddy1 und Luciano jetzt. Das Ganze ist, soweit ich die Story richtig weiß, innerhalb von 24 Stunden produziert worden. All inclusive quasi. Musikvideo, Text, Aufnehmen, bliblablub. Ich habe irgendwo sowas in der Story von Heddy1 gesehen. Also I guess, das ist innerhalb von 24 Stunden entstattet, weil ich mich recht entsinnen kann. Ich habe ganz kurz gestern schon reingehört in den Track. Ich hatte den vorab bekommen, ich hatte vorab die Möglichkeit reinzuhören. Ich habe aber nur ganz kurz reingehört, nur ganz kurz in den Part von Heddy und wollte mich sonst komplett überraschen lassen. Ich konnte es aber nicht ganz abwarten, ich wollte ganz kurz so den Vibe schon mal catchen, aber ich habe nur den Part von Heddy reingehört bis jetzt. Also eigentlich quasi Blind Reaction, ja. Ich bin super gespannt, gerade auch Musikvideo, das hatte ich noch nicht gestern. Und ja, Mann, ich freue mich drauf allgemein. Luciano immer noch Liga für sich selber. Ich war letztens ja auf dem Heroes Festival und, ähm, Bro, er hat alles abgerissen. Er hat alles abgerissen, Mann, und er hat einfach diese Star-Aura so, ich stand so einen halben Meter von ihm entfernt. Und der ist einfach so, Junge, das ist, das kann man gar nicht beschreiben. Er hat diese Star-Aura wie kein anderer in Deutschland, finde ich. Und, äh, ganz krass auch, was für Features er sich hier reingeholt hat oder was für Leute Feature mit ihm machen wollen mittlerweile. Äh, ich freue mich drauf, liegt zu eurem Kanal, ist ja in der Beschreibung. Cloud heißt der Track und, ähm, ich bin super gespannt auf, ähm, ja, den Part von Luciano. Das ist logischerweise nicht der erste Song, den sie zusammen haben. Sie haben zum Beispiel ja auch, äh, mit Pajel, äh, den, äh, 10 von 10 Remix gemacht, der auch krass war. Den ich am Anfang super gehatet hab. Am Anfang, ich war noch, ähm, ich war im Discord, äh, mit Philipp und einem Kollegen von mir. Wir haben Minecraft gerade gespielt, glaube ich. Der Track ist rausgekommen und wir haben den beide todes gehatet. Wir haben den so tot gehatet, Digga. Und meinten, äh, 10 von 10 richtig, richtig, äh, trashed jetzt auf einmal. Die, die Unremix-Version ist viel geiler. Und, äh, Luciano passt gar nicht drauf. Und nee, das passt gar nicht. Und dann so nach ein paar Mal hören, war dann unser Playlist und wir haben den totgesuchtet quasi. Ähm, ich bin gespannt, wie es hier sein wird. Berlin Airport. Handy, Juan Luciano. Junge, diese Kette auch, holy shit, man. Ich hab ungefähr so die ersten, bis hier hab ich ungefähr gehört, die ersten 30 Sekunden. Dann, äh, dann hab ich ausgemacht. Bro, ey, ich weiß nicht, bei Eddie Warren, ich hab jetzt nicht ultra viel von ihm gehört, aber er hat immer so dieses, dieses desinteressierte Layback-Feeling so ein bisschen. Und dann sind solche Momente, wo er so direkt irgendwie in die Kamera spricht oder so direkt zu einem spricht und auch so ein bisschen direkter oder konkreter wird. Und dieses kleine, verschmitzel Lächeln so im Gesicht hat, kommt nochmal geiler dann irgendwie. Oh mein Gott, okay. Hey, Luciano kommt direkt rein und er kommt auf Englisch rein. Okay, aber erst einmal, Hatties Part, ultra nice. Wie gesagt, Hälfte hatte ich schon gehört ungefähr. Äh, ey, der Beat ist halt natürlich wie gemacht für ihn, ist obvious. Ich mag seine Stimmfarbe sehr gerne. Ähm, wie, wie eben schon erwähnt, ich bin jetzt nicht der Typ, der alles von ihm gehört hat. So, bin jetzt nicht der große Fan von ihm. Ähm, aber ab und zu, wenn ich was Englisches höre, ist das mit ihm dabei. Aber ich höre halt allgemein sehr wenig englischen Rap. Junge, wie, einfach Luciano auf Englisch. Übel nice. Geil. Geil. Junge, diese, diese unterschiedliche Stimmfarbe, wenn Heavy, äh, Heavy, wenn Hattie seine höhere Stimmfarbe so einsetzt und Luciano halt mit seiner krass tiefen, basshaltigen, das ist so ein richtig geiler Kontrast. Junge, was ein Flow, also ab nochmal krass. Ganz kurz einmal den Song übernommen, Junge. Ganz kurz einmal nimmst du Luciano als Feature, bist du das Feature gefühlt. Holy shit. Boah, Junge, auch ehrlich, ich sag's wie es ist, auch übel angenehm, so textlich mal wieder von Luciano was. So, wisst ihr, also so, dieses Aggressivere, so, kenn ich so eher von früher ein bisschen bei ihm. Ist gerade auch diese Aggressivität, so, sitz auf dem Platz, da, wo du nicht bist. Amex, trotzdem die Taschen voll Cash. Ich bin da, wo du nicht bist. Sitz auf dem Platz, da, wo du nicht bist. Loco Attack, mach'n Movies mit. Fokussiert das, was du nicht bist. Puppies Club Los Angeles, 30k für Belvedere. Putum hat Platz, wenn der Finisher kommt, auch am Club, doch Julio Tone. Puppies Club Los Angeles, 30k für Belvedere. Geil. Und jetzt so dieses Gechillte, wieder so ein bisschen Langsamere von Heddy so rein in die Hook und dann Luciano gleich wieder. Ich sag's wie es ist, das ist eine ganz geile Kombination, Mann. Geil. Geil. Ich find's besonders geil, dass er auf Englisch halt reinkommt. Puppies Club Los Angeles, 30k für Belvedere. Mach'n Blue Cheese, ich lebe mein Tone. Nice, Mann. Junge, also wirklich, wirklich gut. Wirklich strong, Mann. Keine Ahnung, ich hab' das Gefühl, Part von Luciano hat komplett abrasiert, alles zerrissen, Mann. Ähm, geil, Mann. Cooles Projekt. Wie gesagt, ich glaub', da war so'n 24-Hours-Twist drin, dass das in kurzer Zeit gemacht wurde, alles. Äh, aber selbst ohne diesen Twist, Junge, der Song ist einfach, einfach nice, Mann. Ich finde halt echt, Part von Luciano stärker so. Ähm, aber, äh, es kommt halt nicer dadurch, dass Heddy halt so'n bisschen gechillteren, langsameren Part hatte. Dadurch ist der, dieser Flex-Part, sag ich mal, von Luciano noch krasser. Ich finde die Kombination, dass der Hook ultra nice, dass er auch englisch angefangen hat, äh, und dann halt normal reingekommen ist, Luciano. Ähm, cooles Musikvideo. Geiles Ding gewesen, Mann. Geil. Gerne mehr von solchen, äh, Collaborations irgendwie. Ich fühl' das immer sehr, wenn, auch wenn Sachen nicht gepaid sind, weil das ist so obviously jetzt kein Paid-Feature, so, wisst ihr. Äh, sondern wenn man sich einfach wirklich trifft, irgendwie noch ne coole Idee hat, so, und dann Stuff zusammen macht. Geil geworden. Ähm, und ey, textlich gesehen und so von der Attitude her irgendwie, mal so ein Luciano-Song wie früher gefühlt. Und, hat mir sehr gut gefallen. Sehr gut gefallen. Ähm, so ein bisschen vorankommen, weil es hier und da, finde ich. Weiß ich nicht. Ähm, schreibt in die Kommentare, wie ihr es fandet. Ansonsten sehen wir uns bei einem weiteren wunderbaren Video bei Live Fresh. Und gut aussehen, so wie immer. Und, ciao.